Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke inside den aktuellen S04 News. Unsere U23 steckt in der Regionalliga West nach einem 0-4 beim Wuppertaler SV wieder im Abstiegskampf. In der Oberliga Westfalen will die U23 von Schalke natürlich nicht mehr zurück. Nach dem 0-4 beim WSV droht aber genau das Szenario. Der erste Abstiegsplatz, den aktuell der Bonner SC innehat, ist nur drei Zähler entfernt. Schalke-Trainer Thorsten Fröding nahm in Wuppertal drei Pässe an den Wechsel vor in Bezug auf das 1-2 zuvor gegen den SV Strehlen. Für Niklas Kastelle, Rufa Dadaschow und Mika Handzat, die beiden letzten Filmen verletzt, begannen Björn Liebnau, Tiag Scheller und Matteo Aramburu. Die teils seltsambedingten Erfolgen wechselten zufolge, dass die Königsblauen chancenlos gegen das Topteam aus Wuppertal waren. Das musste auch Fröding nach dem Sieg anerkennen. Gegenüber den Vereinsangemedien betont er, es ist ein ganz wichtiger Sieg für Wuppertal. Wir hatten uns vorgenommen, auch gegen Mannschaften aus dem oberen Tabellenbereich erfolgreich zu sein. Das hat nicht geklappt. Aus solchen Niederlagen müssen wir lernen. Unsere personellen Ausländer wiegen schwer, das soll aber keine Entschuldigung sein. Diesmal waren nicht alle Spieler bei der Sache. Wenn wir vorne das Tor nicht machen und nicht zum Abschluss kommen, wird im Gegenzug oft das Tor für den Gegner. Da fehlte ein Chef auf dem Platz. Im Zweikampfverhalten, den er abgezockt hat, müssen die Jungs noch ein bisschen besser werden und daraus lernen. Dann entscheidend ist, dass sie nicht im richtigen Moment zugeschlagen haben. Besser machen können es die Schalker bereits am Mittwoch. Dann findet ihm das Nachholspiel bei Rot-Weiß Ahlen statt. Ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf. Sprich ein wirklich wichtiges Spiel. Denn aktuell sind wir Tabellen 13. Ab Tabellenplatz 16 bis 20 gibt es eben die Absteiger. Und wir haben eben nur noch drei Punkte Vorsprung. Und das ist durchaus kritisch zu sehen. Denn es ist wirklich ein Negativtrend aktuell bei unserer zweiten Mannschaft, den man sicherlich stoppen muss. Denn wie auch Thorsten Fröhling klar anspricht, sonst steht unsere zweite Mannschaft vor dem Abstieg. Und das wäre natürlich schon extrem bitter. Denn Oberliga, sprich fünfte Liga, wäre schon wirklich alles andere als günstig für unsere Entwicklung der jungen Spieler. Aber gut, noch bestimmt natürlich einiges in Hoffnung. Es sind noch ein paar Spiele zu gehen, aber es muss auch wieder deutlich besser werden. Eure Meinung zu U23? Gerne mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.